Musik 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 Hier ist irgendwas. Hier durchquetschen. LAL DOLCAS Hier sind Cops. Wo? Die sind ja noch unten. Wie sollen die die sehen? Nein, nein, die sind gleich. Wirst du gleich sehen. Okay. Ah shit, falsche Richtung. Ey, ich bin doch hin. Müsst du mich. Scheiße, Mann. Die Pokern hier oder sowas. Ah, da, okay. Kannst hier aber irgendwas nicken. Ja, 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 ja. Ich sehe es bei dir. Musik Musik Das sind unsere Auto CHR auch? Man hat keine Einschränkungen. Stopp. Diese Sek fé Jetzt! Jetzt! Einfach mal einen Donut kicken, oder? Ja. Jawohl! Und da ist sie wieder die magische Drei. Ja? Evincent. Ja. Siehst du die Tower? Ja. Das ist, wo wir gehen. Okay. Hey! Schau! Scheiße! Ach komm! Ach du Scheiße, Mann! Können wir die ausnocken, oder sowas? Ja, ich hab eine Leiter gesehen. Schau mal, da hinten ist die Leiter. Okay, warte mal, aber wir könnten eigentlich... Hier, man kann den ausschalten. Ja, ja, warte, warte noch, ich gehe hoch. Ja, ja, okay, okay, okay. Wie wäre dafür, dass wir den oben ausschalten? Wie wäre es, wenn wir einfach alle ausschalten? Wir sind nicht Sam Fischer. Blinderzell! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Komm, geh weg da! Ich bin da, durch das Wardens Office. Ich versuche, ich gehe mal hier vorne, einfach nach vorne. Ich glaube, es war auch das Ziel hier beide auszustatten, ganz ehrlich. Wo müssen wir hin, hast du gesagt? Ich habe keinen Plan ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen hier oben hoch. Ja, vielleicht musst du mich hochhelfen. Okay. Warum gehst du jetzt einfach zurück und du bist die Leute? Okay. Aber was ist das interessant? Hm? Ja? Achso, da haben wir geteert, deswegen ist es nicht gegangen. Genau, ja. Dann hätten wir ja sowieso rein müssen. Wieso bin ich dann genau... Okay, okay. Ich habe wie gesagt... Ich habe wie gesagt, gelb ist der Weg, den du gehen musst. Gelb ist der Weg, den du gehen musst? Ja, also das Ding... Manche Spiele haben so einen Farbcode, was dir hilft und den Weg leitet. In dem Fall ist es gelb. Das war auch glaube ich bei Quantum Break genauso. Was du meinst? Deshalb ist das Licht auch, wenn man hier so reinguckt, ein bisschen gelblicher, ne? Ja, genau. Jetzt auf meinem Bildschirm, das ist immer cool. Und wenn ich reingehe, wird es jetzt wieder orange. Ist ja geil. Achso, der wohnt hier, der Boy? Ist ja auch geil. Guck mal, ich drehe den Globus. Komm hier, komm hier raus, zum Fenster raus. Ja, warte, ich muss noch gucken, wo ich hin bin. Nee, hier ist es nicht. Nein, nein, es ist ein Trapp. Es ist ein Trapp. Es ist ein Trapp, okay. Guck mal. Here you go, buddy. Enjoy your freedom. Ja, immer im Float freilassen. Ich glaube, ich habe gerade das Telefon vernetzt. Ey, das war gerade nicht so blöd. Die Telefone sabotieren ist gar nicht so blöd. Gibt es bei jedem? Nee, glaube ich nicht. Aber interessant, dass es nur bei den einen geht, gell? Ja. Aber hier geht es weiter. Ja, 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 ja. Hast du gerade seinen Vogel befreit? Hm? Hast du gerade seinen Vogel befreit? Ja, habe ich. Oh, ist ja niedlich. Sind hier Wachen? Ja, unten. Sind gerade runtergefahren. Glaub, wir müssen eh runter. Ich glaube, wir müssen eh runter. Ich glaube, wir müssen eher hoch, oder? Sieht das Carsons Show last night? Naaah. Warte, warte, warte auf mich. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Oh, who are the guests? I can't remember. I must be getting old. Das war, glaube ich, früher sogar so, dass die Wachen wirklich gebohnt haben in den Gefängnissen. Langweilig, man. Würd mich gar nicht jucken. Ja, die haben, glaube ich, dafür gut bezahlt, ne? Hier rein? Ich glaub hier rein. Ich vermute mal. Keine Ahnung. Ist es nicht die Krankenstation? Ist es die Krankenstation? Da hinten sind zwei. Mal gucken, vielleicht kommen wir hier irgendwo durch. Auf der rechten Seite. Ah, sieht aus, als wirst du wirklich zu denen. Komm her, komm her, komm her. Hm? Komm her zu mir. Warte, wo bist du? Okay. Ich glaub wir können uns beide von hinten anschleichen an denen. Okay, dann machen wir das. Wir nehmen den linken, den rechten. Alright. Los geht's. Schauen wir uns mal um. Oh, okay. Komm noch mal rein. Oh, ich komm noch mal. Gibt's hier hinten? Ich will ja nichts sagen. Aber? Ich bin, glaub ich, Houdini. Aber, warte mal, kann ich dran ziehen? Oh, ich müsste weiter runter. Warte mal, vielleicht schaff ich's irgendwie. Ich will nichts sagen, aber hier wär's. Das ist genau so raus, Kongo. Wow. Wir haben die Typen total umson... Okay. Okay läuft. Hi, na? Hi. Also, aufs Licht aufpassen uns, Carsten, gell? Ja. Oh, fuck. Okay. Okay. Los geht's. Okay. Aber es ist besser die Suchlinie zu verhindern. Was wärst du da aufbeklaren können, wie nicht? Ah, achso, okay, ich weiß nicht, was bei dir am Keyboard ist. Leertaste. Oh, okay. Wir surfen eigentlich. Ja, du solltest jetzt eigentlich die Wache ausschalten können. Jo. Scheiben, ungefähr der zweite. Okay, ich habe ihn. Und Ende. Habe ich jetzt nichts gefunden? Warte mal, was kann ich hier machen? Ich kann das Licht ausschalten, okay. Vielleicht drinnen oder sowas. Oh, wir können hier rüber. Zip-Lining. Wir müssen wahrscheinlich erst irgendwas finden, was man da runter kann. Hier, gefunden. Oh, geiler Bügeln. Hallo. Ich habe bei MacGyver aufgepasst, ich kenne hier aus. Was ist das? Hast du auch so etwas aufgesammelt auf dem Tisch? Nee. Nee, was war hier? Was hat er auf dem Tisch jetzt gemacht? Ich habe einfach unten reingeschaut. Okay, läuft. Tschüss, Rolimo. Alter. Ey. Fag mich auf, Dauro. Ja, ja, komm. Komm, Schätzelei, komm. Fag mich auf. Ja, warte, hier. Ja. Oh, natürlich. Oh, Handjus. Wieso ich? Shit. Beide, beide. Ich kann nichts machen. Okay, 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 okay. Au. Oh, fuck. Die Wichser. Haben die die... Okay. Die schießen auf mich. Nice, der Scheiß, Mann. Mhm. Oh, ich bei denen. Hi, na. Wie geht's? Du bist zu fett, übrigens, gell. Ja, ich weiß, wie ich schreit. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Du weg von hier, komm. Ja, weg hier, aber schnell. Okay. 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 Ich kann einfach rennen, da links. Oh, shit. Runter da, runter da. Ich habe die vier Probleme, Mann. Aber einen Aim haben die... Genau, Schweine-Aim hier. Ich habe die Kiemschweine immer los. Oh. Die haben aber schnell aufgegeben. Oh, nee. Nee. Alter, ich sind mir... Ich sind mir zu weit, denke ich. Das halte ich jetzt nicht mehr aus. Einfach aufhören. Nee, für das kriegst du schlecht zu zahlen. Ja, genau. Was ist das? Nach der Kirche, als wir die Kiemschweine, weißt du, die Back-to-Back-Thing? Ja. Was ist das? Hast du wirklich das gemacht, als du ein Kind warst? Nein. Was? Ich habe es in einem Comic-Buch, als ich ein Kind warst. Sag mir, du bist schreit. Nein. Ich bin nur glücklich, dass es funktioniert hat. Oh, mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du mich überrasst. Ich bin auch. Oh, wir haben jetzt mehrere Wege. Gott, wir müssen uns vorsichtig sein. Ich gehe nicht zurück. Tschüss. Das ist gescriptet. Ich hätte hier nichts. Oh, ja. Jetzt können wir die töten. Wahrscheinlich nur das Bild der selbe. Oh, sag, 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 sag! Hey, es heißt ein Skrind. Was war's da? Was? Assassin's Creedless, grüßen. Ja, genau. Aber es ist ein Black Flag. Kannst du den an ausschalten? Probier's, wenn er sich umdreht. Aber ich glaube eher weniger. Ich versuche nach links zu kommen. Ah, es geht. Okay, ich habe einen ausgeschalten. Ja, sehr gut. Ja, die haben auch Hunde, gell? Super! Oh, oh! Wow! Ich bin einkesselt. Okay. Warte, 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 warte. Ich muss den hier ausschalten, bevor er zu dir kommt. Nice. Hier sind drei. Okay. Ja, dann geh zu mir. Komm zu mir hoch. Hier war easy. Hier war easy peasy. Hi! Er hebt den an, hier ausschalten, bevor er zu dir und er zurückkommen ist. Jo, das ist übrigens Jeff. Er schläft hier manchmal. Ah, Jeff. Okay. Aus der Werbung, oder was? Ja, genau. Der echte, der echte Jeff. Yes. Mein Name ist Jeff. Jeff. Mein Name ist Jeff. So, gut. Okay, wir müssen eh hier entlang. Hier. Hey, was ist hier rechts? Ah, nein. Mein Brand, okay. Oh, oh. Oh, oh. Pass auf, mach sofort. In den Büsch. Wir sind in den Büsch. Ja, bin drin. Äh, kriegst du einen linken? Äh, ja. Warte, 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 warte. Warte, warte, er geht weiter, er geht weiter. Mein auch. Ich krieg jetzt meinen. Zwei. Ich hab meinen. Dann nimm ihn hart und fest und du bist gleich wieder in den Büsch. In den Büsch. Warte mal, kannst du den noch nehmen? Oh, fuck, fuck me. Hab ihn. Okay. Gut. Da unten sind wir noch zwei nehmen. Nice. Ich links, du rechts. Ja, ich bin schon rechts. Und du links. Okay. Shit. Let's take them out. Komm. Oh, shit. Oh. Du warst... Du warst... Du warst die Kunde zu voreilig. Du warst einfach zu voreilig, mein Freund. Nee, nee, du musst einfach zickzack, Mann. Ja, aber du warst zu schnell. Komm, 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 komm. So, jetzt sind wir nichts. Shit. No, let's take them out. Komm, 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 schnell. Ja, geht schon. Und jetzt, jetzt. Mein Charakter sagt ja, same time und nicht einfach vorpreschen. Ach. Ach. Ja, nicht ach. Nicht ach. Nicht ach. Viel zu langsam. Ach. Sag jetzt ach. Viel zu langsam. Alter, wie viel zieht ihr denn noch? Ah, da vorne ist einer. Ja, einen ins Büsch, in die Büsch. Okay, weiter. Einer geht noch. Aha. Komm, wir müssen hoch um den. Oh, okay. So geht das. Und wieder ins Büsch. In die Büsch. Ja, 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 komm. Also, du bist da dann. Warte auf mir. Nee, du brauchst zu lange. Bis dann. Warte auf mir. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin ja bei der Jüngste. Ja, ist egal, Mann. Bis dann. Du Pissar. Ey, Leute. Hier ist er. War freundlich. Bis dann. Tschüss. War Spaß. Riechen Spaß. Äh. Da müssen wir rüber. Oh, das wird unauffällig werden, Mann. Oh, shit. Das wird richtig unauffällig. Weißt du? Fluss geht nicht. Nee, Fluss ist zu schnell. Scheiße. Und zu tief, oder? Ja. Und vor allem ist da eine verdammte Klippe. Ich nehme rechts. Oh, warte. Ich glaube, ich muss hier rein. Ja, 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 ja. Schatten. Ja, warte. Wir müssen beide wieder ausschatten. Ja, warte. Warte. Jetzt. Drei. Zwo. Eins. Yeet. Nice. Hm? Wieso nehmen wir eigentlich nicht deren Waffen? Äh. Äh. Weil Baum? Zu kompliziert, ne? Ja, ja. Nein, wir sind, wir sind Gentlemenräuber, weißt? Ach so, natürlich. Oh, ja komm her, Toto, ja komm her. Komm, leck meine Eier. Leck meine Eier. Oh, geil. Willst du fahren, oder so? Was? Ich sehe dich schon kommen, dass wir den Kopf ausschalten und dann seine Karriere wollen. Was machen wir? Ja, gute Frage. Deiner hat Höhenangst. Ja, Mann. Bitte, da kann man doch mal... in den Sauen abbeißen oder sowas, ne? Ja, dann... da machen wir bei... dann musst du... Sollen wir... unter der Brücke? Okay. Ja, machen wir das. Okay. Interessant, dass wir sich für zwei Wege entscheiden können. Ja, ziemlich. Wir... Hey, wir nennen uns jetzt Sam... Sam und du bist Fischer. Innovativ, Mann. Da geht's ja nicht mehr weit runter, was hat er denn? Äh, ja, jetzt wird's interessant für dich. Oh, grandios. Mhm. Hi, na? Hey, ich hab schon drauf gewartet, dass du runterflückst. Hehehehe. Ah, ist ja easy, Mann. Easy, easy. Da geht's ja nicht weit runter, was hat er denn? Oh, shit, I'm looking down. Shit, shit, quiet. Hey, schau mal mit deinem Charakter nicht nach unten. Vielleicht hilft es was. Oh, fuck, oh, fuck. Hätten wir das Auto genommen. Shit, get him to cover. That chopper is gonna see us. Get to the chopper. Now. Warte, warte. Los geht's. Los geht's los. Wieder weg. Ich glaub schon. Fuck you. Fuck. Warum bist du schon so stürmisch? Mach schnell sein. Hey, na? Hahahaha. Uff, okay, dann gehen wir nicht hier lang. Mach schon, mach schon. There's a structure in the ceiling here. Let's try to climb across. AL-ter! Oh, ne. Ehh... Okay, ich kann mich dir irgendwie rüber helfen. Kann das sein? Ja. Du musst immer drüber und ich muss dann irgendwie anders schaden. Shit. That's a huge drop. Why are you doing this? Shit! Kann es sein, dass du mir die Tür aufmachst? Ich muss rüberspüren. Boah, was hast du gemacht? Was? Was? Wo bist du? Du bist aus der Mapflagge. Was? Ich bin doch jemand. Wo bist du bei mir? Bist du aus der Mapflagge? Hier, hier. Hier. Längs bei dir am Bildschirm. Ich drehe mich im Kreis. Was? Bin ich nicht mehr dabei? LOL! Ey, check bei mir da die Aufnahme. Du bist bei mir durch die Mapflagge. Was? Ah, ich will nichts sagen, aber willst du mich nicht irgendwie rausholen? Okay, ihr wartet. Ey, du rennst schon zu weit. Du hast mich vergessen, du Arschloch. Siehst du mich jetzt wieder? Ja! Feindlich. Nein, ich glaube nicht. Es ist ein wirklich großer Treppe und die Kürze in der Wasser sind zu stark. Du Arschloch. Really? Trust me, ich bin hier seit Jahren hängen. Weil ich dachte, ich muss noch ein bisschen weiter. Nee, du musst zurück an die scheiß Tür öffnen. Ja, ich komm ja schon mal. Und jetzt gehen wir den Weg, wo du gegangen bist. Ja, 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 komm. Was, bei dir bin ich runtergefallen? Ja! Ist ja geil! Komplett sogar aus der Map geflogen. So. Alles klar bei dir? Bei mir schon, ja. Okay, ich glaube, hier müssen wir rechts weiter. Ja, läuft man! Alter! Was ne spaßige Gäume, wie man! Shit! Shit! Alter! Ist das behindert. Alter! Jawohl! Jawohl, ne? Jawohl! Jawohl! Komm, komm! Ja! Komm, Schatzi, komm! Ist das dämlich! Alter! Boah, ich bin hier weg! Hey, kannst du hier relapen? Die bist so eichscheißen, gell? Ja, ich auch. Okay, hier können wir nicht durch. Verkucken! Ah, hier ist ne Axt! Ne Axt, okay. Ui! Ich hoffe, das hat nicht mehr gehört. Ah! Hab's die Hörndra... Die haben uns jetzt schon nicht gehört, wie wir uns hier unten bewegt haben. Warum sollt ihr jetzt behörden? Ich hab... Ja, okay. Ja, vor allem! Er lasst sie liegen! Ja, moin! Braucht man ja nicht mehr! Ist ja scheißegal, Mann! Shit! Da ist ein Kops! Einer ist oben! Und wen jetzt weg? Was? Oh, fack, 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 fack! Einer in dem Busch! In dem Büsch! In dem Büsch! Hier unten! Hey, wir können hier unten durchdrehen! Wo? Ah, ja, Mann! Ah, ja! Ah, ja! Okay! Aber das Problem ist ja schade zwischen uns. Ja, warte, warte, warte! Okay, ne, hier können wir nicht weiter! Ich glaub, der bleibt hier! Hm, warst du nicht irgendwo an der Stelle? Ja! Direkt hier links, dahinter! Ah, okay! Also einer kann hier und einer muss dann halt da wieder den wegnehmen, was ich jetzt gefunden hab! Ja, wahrscheinlich! Das heißt, ich muss ihn auf, äh, äh, ausschalten und du kommst nach! Ja, moin! Wie wird das so geil gemacht, dass du, dass du auf beiden Bildschirmen und was haust, gell? Und teilweise... Oh, shit! Okay, 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 warte! Ja! Officer down, Quadrant C. Suspekt apprehended. Requesting backup. Moving into security. Steh, 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 steh. Get over here now! Drop it, asshole! You all right? Yeah, I'm okay. Get after them! Get after them! Oh, nice! Oh, shit! Dialeta! Oh, shit! Oh, shit! Aha! Yeaaah... Okay. Lassen wir dich nach und wir? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Oh, shit! Oh, ne! Oh, shit! Ah du! Er hat mich! Er hat mich! Komm einfach runter, Mann! Alter! Du bist bei mir runter, Mann! Du bist bei dir einfach runter! Das meine ich damit, dass ich... Ein, zwei kleine Fehler hat's das Spiel. Du bist einfach so... Fuck die Shadei Maut und einfach meine Klippe runter runter. Ich bin so... Shit! Das ist geil! Fuck die Shadei Maut und einfach die Klippe runter. Jawohl! Oh, war das nice! Oh! Oh! Ui! Was für ein Klunkas! Wie hört's in der Arabisch an? Oh! Hey! Hey! Just tell him, this is the deal. You either take it or not. Got it? Huh? You're right, he doesn't have to run the market. You're right, he doesn't have to run the market. You're right! You're right, man! He says no! It's too much risk. The price must come down. Das wird nicht passieren. Aber hör mal. Das wird nicht passieren. Harvey, ich muss mit dir sprechen. Warte. Du hast es? Es ist wichtig. Du musst das hören. Schau. 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 Du musst ihn finden. Okay? Ja, aber ich bin nicht sicher. Die Männer, die wir jetzt haben... Das ist mein Problem. Du musst ihn finden. Du hast es? Ich gebe nicht wie. Ich mache es einfach. Ja, Boss. Also, du hast es entschieden? Ja. Preis auf oder kein Geld. Okay. Kein Geld. Wow. Ja, Moin. So macht man Geschäfte, Mann. Oh ja. Der ist dezent pissed. Ein bisschen. So. Bleib hier. Bleib hier bitte. Hm? Bleib hier bitte. Wir warten bis es dir lohnt. Ja. So. Let's head on. We should find something on the way. This is... Man, I die for a burger. Well. I'll let you know if I find a burger joint. Ja, you do that. So. Habt ihr es ihr beide jetzt einmal? So. Ich glaube schon. Ich glaube das war mal eine erfolgreiche erste Session. Dass wir es gerne in der ersten Stunde geschafft haben auszubrechen. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Ging schnell. Also war... War nice. Man muss sagen, extrem auf Coop ausgelegt. Allerdings ja durch einen Splitscreen. Das ist eigentlich ganz... Äh... Gibt ganz... Echt witzige Situationen. Äh... Sehr linear, aber coole Story muss ich sagen. Also... Ich bin gespannt... Also wir... Wir beenden jetzt hier einmal unsere erste Aufnahmesession. Ähm... Und... Ich bin gespannt wie es dann weitergeht. Schreibt es uns in die Kommentare wie es euch bis jetzt gefallen hat. Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau. Tschüss. Tschüss chuy. Tschüss. 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 S Senator Rottener.